So, ich habe mich jetzt live, also munsch heute auch noch ein P. Ja, kommt das live für mich zur Omni 2. Dann bitte mich auch mal reinschauen, wie ihr spontan live schon wieder. Ich bin erst vor kurzem nach Hause gekommen unterwegs, habe privaten Dinge zu reden. Ja, dann wollen wir starten. Ja, das. Schauen wir den beiden ein bisschen essen. Ich habe noch nichts gegessen, wie gesagt. Deswegen. Genau. So. Ja, keine Kraft mehr mehr. Ja, wenn ich fragen habe, fragt ruhig. In dem Fall werde ich noch ein bisschen was essen. Wie gesagt, es ist das erste Essen im Halt heute. Und, um. Ja. So, ich hoffe, es funktioniert hier. Ja. 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 Ach, stimmt. Ja, siehst du ja. Aber ich glaube, es gab eigentlich vor kurzem ein Linienpack raus, wie gesagt. Ähm. Ich müsste aber um die Webdes gucken. Dann kann man auch mehrere Linien fahren. Das ist ja schon mal Bescheid. Ich gehe gerne um die Zocken. Ja. Ja. Entweder ist das Hefe nur jetzt so ordentlich, oder was ist das nicht? Ja. Ja. Hallo? No. Okay. 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 Moin 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 Hallo Hallo Danke Bitte Ich kann eine Tageskarte Danke Bitte Ich hatte heute auch noch mal nicht mehr Was ist denn? Willst du nicht essen? Ich hab sie jetzt immer bei den Knacken draußen da Ich bin ganz gut Ich bin ganz gut Ich bin ganz gut von den Knacken Zogen Wir nehmen den Knacken In die Zukunft Das tut Das ist Das ist Das ist Es Ich hoffe, du hast es noch einzus producers chor. Als wir im Raum spielen wollen, ist es wir zapaltern! Ich denke, ich habe es noch ein paar kleine K duo. Ich habe es nicht nur am lief, ich lebe, ich lebe! Du bist ja nicht so einen wletzt, hast du dich enf llege? Ich habe es nicht nur noch einen jeremen Jahr Bild. Du bist ja so einen deugnen Tag. Du bist ja auch und von mir genau den Tag. Du bist ja noch ein dak. Du bist ja noch queller und du bist. Ich bin so einig, ich fühle mich. Teilen, das kippt auch nicht mehr, macht das schon automatisch. Klar ist auch gut so. Ich glaube, dass ich leider rübsen muss, kann ich nichts machen. Aber ich wüsste ja was raus, muss raus, dass keine die bezahlt hat. Man soll es eigentlich nicht machen? Ja. Ach ja, ich bin ja in der Maske. Hallo. Yummy! Einmal ein A-Bereich Ich hätte gerne einen Großbereich machen Danke Kleiner Was ist das? Ich höre sie. Ja, wie sind wir dann bei euch da, TheRosen? Brauchen wir mal sonst zwei. Alexa, wie viel Grad haben wir heute in Hamburg? Ich habe jetzt 20 Grad und heute Abend 10 Grad, das ist gut. Ich würde nichts machen. Ich würde das Ganze ab, die ich sähe, dabei bein Sie dass. Ich bin ein Stück weit weg, aber sie hätte so schön, dass es nicht so gut geht. Es ist das Ganze ab. Ich bin ein Stück weit weg. Da bin ich nicht so glücklich für meinen Tag auf Emil. Ich bin ein Stück weit weg. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Konkretel, ich will dir was schon gern. Bis zum nächsten Mal. 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 Was kann man? Das hängt nicht, wenn das kalte drauf ist und das tut es. Die Schulerbildung, da gibt es noch über einer. Ich habe heute auch draußen gesehen, wenn ich da liegt. Das Fahrrad hat noch fast gesagt, ob es keine Ahnung hat und so weiter. Ah, was sie da gemacht haben. Moin Moin. Moin Moin. Dankeschön. Bitte. Danke. Ciao. Hallo. Wolltest du mehr launen? Ja, schon kurz auf der Transport. Guck mal. Der launt. Wenn noch jemand eine Delle hat, weiß ich nicht. Tiza dalle, fitzadelle? Fertel de la L morse. Jacchele? Weißt du noch? Ja, gab es auch mal so ein Spiel, aber schon richtig alten. Also waren schon auf der Lange, die einheitliche Zitzerdelle. Kannst du jetzt aufhören? Danke. Bitte. Hier ist eine Katz-Stadt-Ring. Rechts. Oh. Ich wollte nicht, was ich kurz gemacht habe. Ist das ein Lenk hier? Ich muss überraschend machen. Weil mein Wasser so befestigt. Anfällt. Deshalb wollte ich auch mal blocken. Was ist das so ein Mensch im Ausfahren? Ich hab den Kopf mit Ehequil! Ich hab den Kopf mit Ehequil. Der ist ja da. Die sind vom Kuss. Der ist ja da. Der ist ja da. Die kommen mit der Läden. Der ist ja da. Der ist ja nicht so. Der ist ja da. Boi! Was ist das? Ich will keiner aus und keiner eins zeigen. Ich will nicht, ich will nicht, ich will nicht, ich will nicht. Ich will nicht, ich will nicht, ich will nicht, ich will nicht. Aha. Ja, nee. Ich hab mir das Spiel angeguckt. Und hab mir so welche Videos geschickt. Mhm. Mhm. Ja, ich hab ja ihn noch sah. Er ist aber ja. Er hat mir Videos geschickt. Drei Stück sogar. Ui, Handy. Mö. Auf. Ja. Puh. 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 Ja, vielleicht nicht. Was später. Drei Stück hat er mehr gestiegen. Quick. Ja. Ja. So, auf Tube heiße ich jetzt auch Ospa. Aha. Mensch, Kishito. Du musst den Namen umändern. Du willst jetzt YouTube oder Twitch-Mount streamen? Ja, ja. Hallo. Hallo. Pusher Malone. Also die KI-Fahrzeuge sind aber ganz schön. Weiß ich noch nicht. Nächster Stelle Jan-Rick-Mittal. Okay, ich mach mal hier auf Twitch. Oh, wenn ich sie ankomme, weißt du? So, wenn du da mal hier Kartu wieder tauschen möchtest und das Slide machen willst. Was anderes. Kannst ja mal darauf testen. Was nicht so ist. Spucken. Ja. 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 Es ist also der Winterhudemacht, Winterhudemacht. Aber wenn der Winterhudemacht zurückgeht, dann könnte er besuchen. Ja, aber er wird ja wohl in der Buskastelle stehen. Ja, genau. Ey, das ist echt so heftig, ne? Dass das, 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 das könnte auch hier wohl machen, wie? Ich gehöre bei meinem Kopf. Hast du gehört? Ja, er lacht. Pfeffer, du Scheiß. Pfeffer, du Scheiß. Pfeffer, du Scheiß. So, bei mir bist jetzt Ofen Kartoffeln mit Leberwurst. Boah. Kartoffeln, keine. Soll ich jetzt mit zurückspringen? Ah, mit Leberwurst, okay. Okay. Die will echt zu essen, zu draufschauen. Wie ist das denn da ganz man irgendwie, ne? Seine Lele-Suchte. Ja? Baby. Wo? Ja. Ja? Ich hab'sAKPolice. Ja. 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 Boah. Ja. 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 Guck mal, ja. So, kleingestammt. Dann wird's Leberwurst gemischt, okay? Ja, klar, ich meine, wenn wir so, würden wir zwar auch so ein bisschen draußen zu dir machen, dann wäre mit Spielei oder wie, aber Leberwurst gleich ist halt dann noch nicht. Wie gesagt, jeder kocht ja auch anders, ne? Dann sag ich ja auch Spaß, so, wie bei dir, du wirst du immer wenn man ist halt und ist anders, hallo. Ein noch gut stecken. Oh, guter stecken, ja. Bist du vorne, bist du schon bei Leka? Also, ich bin hier, ich bin hier. Bist du auf, ich bin hier, die Shelley haben, noch unter defensiviert. Ich bin hier. Ich bin hier, ich bin hier. Oh, ich bin hier drin. Jetzt bin ich ab. O, ich bin hier, aber ich bin hier naanda. Das ist ein paar Glockstrasse. Ich habe einen kleinen Bereich, der kann ich nicht bereit sein. 25 aufgeführt bei dem ersten Hacker-Video, echt okay? Der Fahrer lässt auch noch keinen rein hier, ne? Nein. Wer ist auch eilig? Ach, Jot, ich weiß jetzt was das hier ist, ne? Ich habe lange gedacht, soll nur ein... Auf jeden Fall. Naja, wie das war, kommt auch auf meinen Kanal, kommt auch auf die andere. Ich glaube, ich soll nur... ...weil sie das zweimal machen. Dann muss man ausprobieren, ne? Die sind ja schon... ...äppen da auf der Bank gelangst. Einfach probieren, Chrissy. Ach ja, den wir gesehen haben, ne? Weil wir noch nie was geholt haben, weiß ich auch nicht. Peter, als Admin da bekomme ich den ersten recht, recht gute Aufrufe. Ja, bestimmt. Ja, ist auch normal, ne? Aber du bist ja kein Admin. Ich will aber gerne mal. Ja, nee. Ich habe auch noch einen neuen, kaum wer weiß. Ja, aber... Ja, das ist ja... Doch nicht. Nee, wirst du auch nicht haben. Was? Doch egal. Was? Ose? Ose nur ab. Denn geht's andersrum in MP. Ja, aber nicht bei mir. Hallo? 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 Was ist da rum? Ich brauche eine Tageskarte. Ja, bitte. Ich brauche gerade mit einer Kreis. Das ist ja mir egal, das muss jeder nach meinen Regeln spielen. Nö, ich spiel nicht nach deiner Regel. Wärst du das kleinste Kind? Mimimimi. Wer das gerade macht, dann wärst du rausgeschmissen, ha? Nö, du kannst mich gar nicht rausschmeißen, wenn ich drinnen bin, oder wenn ich gar nicht drinnen bin. Was hast du denn hier vor? Du hast hinten die Tür auf, du hast die Tür auf alle geschrieben. Nö, ich gar nicht. Oho. 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 Nö. Oho. Oho. Guckst du? Hab ich gar nicht drauf. Oho. Guckst du bei dir auch gleich ein Tür auf? Ah, wo? Im Kopf. Du hast gewollt, was ich meinte. Guckst du? Ja. Ja. Das ist unsere Villa. Super. Wo bist du da? Haha, verarscht. Hahaha, Klappstuhl. Warte, nur Klappstuhl kommt, na, das kommt als nächstes. Freimlich. Freimlich. Das ist erst mal immer Hapenhaus zu zubieren. Oho. I Merah. Päige. Er macht mich mit. Ich schaff das doch einfach toVEN Cart. Ich bin. Ich bin. Wo hast du Produktion hice Inststanzen? Du sie hab slappet? Du sie hab gebraut ab��. Närst du siehst Sie einen Zucker muss ins in eine enforcebetension. Schwer ist dafür loswerden. Eierloch, in den Kindergarten, okay. Ich darf den Kindergarten nicht. Ich will gern jemanden wissen. Ja, okay, Eppendorf. Okay, da kommst du hin. Wird dein Ohr abgenommen. Eiskalb. Ja, nächster Alstalle. Ja, ich hab den Lauf und den Tischtenbepumpen. Gut gemacht hier. Ja, Tür oder was ist? Ja, irgendwie hinten ist da der Lichtschranke hier. Ja, hier vorne ist eingelegt so ein Testzentrum. Hallo. Hallo, moin. Ja. 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 Wie gesagt, die sind richtig verbunden. Die haben die Abteilung. Ja, kommst du hin zum Krankenhaus, Richi. Was? War früher ja immer so. Heutzutage gibt's nur noch 5, ja. Ja, nur Gambo. Nur noch ein Eierloch. Hm. Hm. Hä? Da hab ich da gerade Gambo gehör. Der Herr, was ist denn das? Ja, nur Scheiße bauen. Hände hoch oder es knallt, ne, Richi? Hm. Ja. Ja, nur noch ein Hände hoch. Ja. Ja, aber die Sinds ist mein und sie sind mit Mediksauna, okay. Ja. Ja. Gut. Am nächsten Tag ist der Leer Gärtnerstraße. Wenn Sie es unbedingt schön haben, können Sie hier aussteigen. Einmal gehen Sie rechts entlang zu Penny. Naja, was soll noch? Die Dominis und das Klopfenbaum legen. Ach ja, und hier schräg gegenüber ist diese Spendlare. Weiß ich nicht, was hier Spendlare ist, das ist ja Juist. Das muss ich denken, irgendwie. Fett. Auch noch denke ich. Na klar, Hände hoch und du wirst erschossen. Hände hoch, das Knall. Das war ja Kopf. Denk dran mit einem Platzverweis. Ja. 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 Püncher. Ja. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ich brauche nur eine gute Runde, dann schaffe ich wieder meine 12 Kills. Ja, machen wir heute Abend, fertig. Was hast du gesagt? Was hast du gesagt? Das kannst du auch mal packen? Nein. Wieso krieg ich das Ohr dann ab und meine Füße nicht? Nein. Warum denn? Ich habe mir die Unterschiede. Warum? Warum das grisches Ohr dann ab und meine Füße? Und dann würde ich auch sagen Licht springen. Ja, die will ich auch von dir mal sehen, ja. Guck mal, ist das einfach so stört? Aber hier ist nicht das Licht. Ist das das Weiße, wo wäre er jetzt? Das schwarze hier. Ach, das schwarze, okay. Das schwarze hier. Ach, das schwarze hier. Aber wenn sie irgendwie da, deswegen ist das Geld markiert eigentlich hier. Ja. Und wenn da der Lichtschrank ist und dann da irgendwie so ein Störsender ist, dann bieb, 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 bieb. Ja. Ja, weil ich sehe immer nur die weiße Lampe oder so, weil ich den Fahrherrack wieder oben auch. Weil dieses, ja, fahre ich immer noch so. Ah, also wenn du jetzt dazwischen stehst, dann stört das. Ja. Ja, ich habe es auch schon Zeit. Wenn uns das Abbott bekommt, dann seht dich eben so. Ja, ich bin es. Ja, ich bin es. Guck mal, die Hamburg-Haus. Nein, ich bin es. Ja, aber ich bin es genauso. Ja, es ist es. Und da ist es auch. Was da drauf ist? Das läuft. Guck mal da. Links bitte. Mal gucken was das ist. Da ist blau was da dran ist. Warte, ich muss mal gucken. Also. Mario ist ja leise mit Mario. Dann fahren wir gleich los. Die Delosie. Rügt? Da liegt schon Mario sein. Okay. Gerne. Ja. Lautenschutz. Beide machen zwölf Kills und haben 400 Kills. Das gibt gute Punkte. Ja. Hallo. Hallo. Danke schön. Bitte. Da war der Thorsten. Ja ja. Genau. Oh denn Chrissi. Oh. 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 Oh Yeah. Oh. Oh. Also, alles was gehört, wurde an der Wand gemalt, hat Krishy geschrieben, da. Krishy, du bist auch gleich an der Wand gemalt, zeig dir gleich. Da ist mein Schatz. Er hat geschrieben, das war ja Thorsten, an der Wand gemalt, hat er geschrieben. Ja, du bist auch gleich an der Wand, Krishy, zeig dir gleich. Wurde besser gesagt, an der Wand geklatscht. Ja. Oh Mann. Lass ich auch gleich mal. Er hat das mit Wander, ne? Ja. Oh, ne, geht an. Oh. Okay, es ist mein Schatz. Ich hab das mit Wander das. Okay, es wird das mit Wander, wenn das Wander hier ist. Hallo? 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 Ik ga het zien. Hallo? Ik heb goed gevraagd. Ja, ik ben ergens al. 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 Ik legger 있지. Ik ben ergens al stürmen. Nu is het ergens. Die Zuschauer, ich begrüße euch zu meinem Laufschwunen beim Mauerwerk. Da kann ich einschreiben. Ich hatte eine S-Badenholz nicht. Ich hatte eine S-Baden-Geräusche, die ich habe. Ich habe eine S-Baden-Geräusche, die ich habe. Ich habe eine S-Baden-Geräusche. Ich habe eine S-Baden-Geräusche. Ich glaube, wenn er noch fährt, weiß ich nicht, ob er noch fährt. Wofür wir umgehen, das haben wir hier. Ich glaube, mit dem muss ich auch fahren. Meins waschen. Ich habe eine S-Baden-Geräusche. Ich habe eine S-Baden-Geräusche. Ich habe eine S-Baden-Geräusche. Waschen... Ja gut, ich bin da schon mal der Phase 4 und musste noch ein bisschen an reinen Waffen brauchen. Macht das Regie, also ja vielleicht koche ich mit Zuweisung nicht, sonst bis später. Ich weiß ja, Thorsten erscheint ja. Ja. Dann Wachen rumschrauben. Dann 12 Kills machen wir ganz. Da war es noch mit 20 Kills, was du da gewusst hast. Ja, aber ich hatte für was Geld immer gebraucht, ne? Oh, ich weiß nicht, sonst geht. Ich muss gleich nicht mehr rein kommen, komm. Ich habe doch nicht mehr. Ist das schon mal, Max? Das ist blauerlich. Heidi ist Aldi. Lass mal zu Aldi. Links hier, und dann gucken wir hier runter, ist dann Adekar. Und geradeaus, wenn man jetzt lang geht, würde ich zum Kindergarten. Der Krischi. Oh Mann. Also geradeaus, und dann rechts rein, gleich war es noch. Was schön sind du denn da? Ich weiß ja auch noch. Nach Spiehhalle unbedingt, natürlich. Hallo? Hallo? Ich bin hier wieder in den Kinderforscher, bitte. Ich bin gut. Das war's, wir sind hier. Wir sind da in den Jungs. Ich bin hiermit. Es gibt ein großes Sch disappears. Untertitelung der ZDF, 2020 Oh, man ist direkt. Ich kann gar nicht mehr fahren. Ich kann gar nicht fahren. Geh ich? Ich fahre nicht bei dir zu dir. Hier oben und hier unten. Bei Paulinchen, sie mag auch Blutzen. Paulinchen mag kein Blutzen mit dir. Siehst du, meine Bremse schon noch gleich hart. Ich hab mich so... Ich hab was. Ich hab's. Ach so, alles auf. Ich hab's, ich hab's, ich hab's. Ich hab's! Ich hab's. der stelle wagenhof alterland im center ja gibt es auch einiges das futterhaus drk die am unten liegt einiges reichen man sogar brauchen sie schon die kommerzbank da vorne ja meine stimme vielleicht fällt ja was sind die hier wohl jetzt noch mal links war auch einiges hier sogar little foot ist drin little foot also stellen ja 31 euro oh ja 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 Okay. Gute Job. Danke fürs Zuschauen und danke auch für die Followers. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschau tschau.